hallo und herzlich willkommen zurück im im ja im part in tales of hysteria im letzten part haben wir rose geholfen und angefangen surger zu helfen haben dann ich habe vergessen wie sie heißt sage ich mal die dunkelheit serrafin verfolgt und auch besiegt da mal bist mit ihr verzählt und haben herausgefunden was unsere schwäche gesucht hat so selgei殿 so 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 Ich glaube, dass du diese Frau geholfen hast. Ich habe mich mit meinem Vater und meinem Vater verletzt. Ich verstehe das Gefühl. Aber wenn ich mich nur auf dem Spielstuhl bin, dann werde ich mich mit einem Gehirn verletzen. Ich dachte, dass ich das nicht so gut bin. Wenn ich mich mit einem Gehirn verletzen würde, dann würde ich das nicht sterben. Das ist nicht so gut! Wir sind Menschen. Wir werden von einem anderen Weg finden. Vor allem, dass du aber selbst geschehen kannst. Du kannst ihn schaukeln mit allen? Dass du mit einem Weg bist. Du kannst es dir nicht holen, was du找en? Deine Arbeit. Ich bin mit dem Sprache. Ich habe es gehört. Ich bin davon verletzt. Der Moment, Süley, würde ich auch sein, als ich. Aber ich würde mich so nicht wie ein Zeug. Ich würde mich überwinden, wenn ich so. Ich würde dich nicht selbst vermissen. Ich würde mich nicht vermissen. Ich würde mich nicht vermissen. Was ist das? Da ist Rose endlich wieder da. Wunderbar. Wunderbar. So, dann würde ich auch mal schnell speichern. 30.3. Das sollte das hier sein. Sehr schön. Haben wir eigentlich neue Titel erlangt, die uns mal... Also, jetzt können wir doch hier... Aber irgendwie finde ich es schade, dass wir es nicht so oft erwähnen, dass wir neue Titel haben. Nachtwache, so. Und, 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 und. Neue Mode. Äh, nicht Mode. Doch, Mode. Aufprüfung, Rättenkleidung. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen der Kleidung? Ach so, hier war die Melodie im Kampfanlass. Genau. Okay. Sorry für dieses kleine Intermezzo. Aber das seid ihr ja von mir gewohnt. 30 Fusionspunkte, das ist sehr schön. Wir müssen jetzt alles über Gleefeld senken. Genau. Mal gucken, was der Krieg macht. So, da haben wir jetzt die Gleefeld senke erreicht. Mal gucken, was uns hier erwartet. Es lädt auf jeden Fall mal. Es ist nicht gut. Oh, oh. Ich weiß jetzt alles, was der Krieg macht. Es ist toll. Der Krieg macht den Krieg. Oh, oh oh. Warum? Mario! Mach das! Ich habe hier vorlos. Schnell. 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 Es ist ein Schnell! Oh, 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 oh. What the? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Okay, allen Einstand nach wurde der Hüter des Landes von so viel Bosheit besessen. Und wurde zu einem Drachen. Das interessiert mich einfach nur, Interesse halber sieht man von hier oben. Hm, sieht man nur ein paar Gegner. Schade, aber echt krass, also gegen den Drachen ranzumüssen. Puh, ich würde sehr erwarten, dass jetzt hier der Unheilsfuzzi vorbeikommt und halt meint, ein bisschen Rambazamba zu machen, aber nein. Ach, die Melodie ist gerade auch so richtig, gefällt mir gerade richtig gut. Okay, was steht da? Halte den Drachen auf dem Schlachtfeld auf. Okay, welchen Weg gehen wir, ich glaube, wir gehen den anderen Weg, weil da können wir einkaufen. Da steht Drachen mitten auf dem Schlachtfeld. Wo kommt die jetzt her? Okay, ich bin gerade ein bisschen gefesselt, deswegen bin ich auch gerade ein bisschen ruhiger. Tut mir leid, einfach auch, weil ich die Stimmung nicht ganz kaputt machen möchte. Da fallen ja auch, wow, nochmal. Ich finde das gerade hier extrem schön ruhig. Oh, ich mag die Melodie, ich bin so ein Melodie-Fanatiker, es tut mir leid. Feldbespartsperr, so Items können wir ja auch nicht farmen. Okay. Noch ein verbanntes Dorf, heißt das hier ist vielleicht sogar eine der Schwestern oder erst später? Der Schwestern der Kardinäle, denn ihr wisst doch, oh, hoffentlich noch, wer das ist. Ich weiß, das ist schon länger her. Und wie gesagt, es tut mir auch leid. Ich sehe zwar nichts, aber okay. Zumindest gehen die Kämpfe relativ fast. Okay, vielleicht kommt hier später noch jemand. Auf jeden Fall sieht es mal danach aus, jetzt wäre da vielleicht noch eine der Schwestern. Aber ich glaube, das ist jetzt auch nicht Priorität, wenn man halt so den Drachen sieht, den wir noch nicht gesehen haben. Der ist unser Verkäufer. Ach, du bist ja, jetzt siehst du ja glücklich aus. Da sind wir immer noch ein Passant. Der hat ja immer noch nicht gescheite Sachen für uns. Ich dachte, bei dem sind wir was Besonderes. Okay. Ich glaube, wir haben noch ein bisschen Traubengummi. So, können wir noch was verschmelzen, wenn wir schon mal da sind. Ups, gucken. Topos-Dolche sind ausgerüstet. Nein. Auch nicht. Die Topos-Montor könnten wir noch einmal... Aber da ist halt zweimal Angriff drauf, die würde ich da drauf lassen wollen. Okay, danke. Da sah er ein bisschen größer aus. Die Söldner vom letzten Mal. Und ewigische Melodie. Und hier ist es. Was ist eigentlich passiert? Ich bin mit einem Dragon. Der Slayger! Ich habe gerade Gänsehaut, Leute. Was? Wir haben noch nicht besiegt, wir haben erst 10.000 abgezockt. Geh! Sie sind gross, dass die Menschen in dieses Leben sind. Sie sind nicht schwingt. Sie haben keine Weile, doch gar nicht. Ich habe nur ein Er deliberate. Was ist das? Was ist das? Ja, das ist anders. Jetzt habe ich immer noch mehr Gänsehaut. Aber eigentlich wird ihm noch eine neue Arte, fällt mir grad mal so ein, ne, ok, wow, das war jetzt nicht mein Plan, das war auch nur bedingt mein Plan, dann trifft man ihn einmal gut, dann kriegt er auch schon ein paar bisschen Schaden rein. Wie gesagt, ich mag grad richtig Anime-Feeling hat es hier grad so ein bisschen. Woah. Oh! Ich bin einfach nur noch ruhig jetzt, als wäre es eine riesige Sequenz. Ich bin einfach nur noch ruhig jetzt. Ich bin einfach nur noch ruhig jetzt. Ich bin einfach nur ruhig jetzt. Ich bin einfach nur ruhig jetzt. Das war's für heute. Schöner Finish. 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 das lieber ist, wenn ich da euch zu Tode labere, dann mache ich das gerne. Das ist weniger das Problem. Aber mir gefällt es einfach selber ja nicht so. Also, ja, Feedback ist immer gerne gesehen und übrigens nochmal vielen Dank für die 100 Abonnenten. Ich bin gerade total überrascht gewesen gestern, als ich das gesehen habe. Und ja, wir sehen uns im nächsten Part hoffentlich wieder und bis dorthin. Tschö-tö-tö. Musik 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 Musik